Müssen sich ihre Fans Sorgen machen? Bei Carina Wagner, 26, und Gustav Mazurek, 33, könnte es momentan eigentlich nicht besser laufen. Die zwei TV-Bekanntheiten haben sich in der vergangenen Ausgabe von Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Seit der Kuppelshow sind die zwei in einer festen Beziehung und planen sogar zusammenzuziehen. Doch stecken Carina und Gustav nun etwa in einer Krise? Grund für die Spekulationen sind einige Veränderungen auf den Instagram-Profilen der Turteltauben, denn ebenso wie Carina hat auch Gustav alle gemeinsamen Pärchenbilder von der Social-Media-Plattform gelöscht. Ob eine Liebeskrise dahinter steckt? Mehr ist dazu bisher noch nicht bekannt. Die einstigen Rosenanwärter folgen sich zumindest noch immer gegenseitig im Leben. Gegenüber Promiflash plauderte Gustav vor wenigen Wochen noch über mögliche Hochzeitspläne. Wir reden da gar nicht so viel drüber, es ist aber für die Zukunft geplant. Wenn es passiert, dann passiert es, verriet der 33-Jährige auf dem Doing-the-Lieb-Social-Media-Shit-Event auf der Berlin Fashion Week. ... ... ...